Komm! ται..Ne, ne, ne, ne. meant joa Leute und Willkommen hier zu einem weiteren Folge, Gut Moi..oh Gott...Oh Gott...Oh Gott..Oh Gott.. Es geht es schon los, guten Mornen meine Damen und Herren Stream & Schmeichsla Gunde Unterhaltung Oh man, ich habe direkt meine Deutschkenntnis jetzt so Alter Schwede, ne? Ich habe Irgendwas Falsches gesagt auf jeden Fall, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll Auf jeden Fall ist mit dabei der liebe FIFA Der hier oben auch schon steht Eine Angel habe ich hier gefunden Ja, ich auch Pass auf, da ist einer Oh, ich habe dich auch so hingeschlagen Ich habe ihn Sorry Oh Gott, oh Gott Oh Oh, der verreckt ein Falschhang gleich Ja Ein Herz, Alter Ein Herz, das war mega knapp Alter, man hätte sich da so immer irgendwie so ein bisschen komisch Hast du ein Dia? Ein Dia? Ne, leider nicht Schau mal, wie hoch der fliegt Schau mal Wow Ja, was willst du machen? Ja, warten, Alter, ich habe dreieinhalb Herzen Ähm, hast du für mich übrig oder sowas ein bisschen? Ja, natürlich, hier, bitte Äh, das ist ja selbst noch nicht mal Ich weiß Oh, wie ist das von dir? Das wird, deswegen bin ich gerade zu dir gegangen Hab mein Kettenteil ausgezogen, um es mir wieder zu snacken Ach so, vielleicht kannst du dir durchgeben Ne, ne, passt Ah, ich bin so gemein Ja Gut Okay Da hinten ist einer Da will sich hier ein bisschen Karotten snacken Aber komm schon Hey, Digga, was ist denn das für einer? So, wenn er über die Brücke läuft? Ne, er muss jetzt aber nach uns laufen Da, einer Lava Der läuft einfach rein in die Lava Oh Gott, Alter Hast du ihn gesehen? Ja, ja, ja Alter, er ist einfach fast instant verreckt Ja, jetzt ist er down Turn down for what? Jawoll Nice Nice Der knacke ich Nice Nice Gut, also Da oben ist er noch Oh, shit, Digga Ah, guck mal, meine Angekünste Das war nur ein Fleck, nicht ein Fleck, aber Ist mein Bildschirm kaputt? Oh, ne Alter, ne, Alter, ohne Spaß Was denn? Ohne Spaß, ne Ich hab da auch so ein paar Flecken Also so Ja, das ist nicht so auch so Ja, ja Nicht so wirklich Flecken Ja, ja Aber das ist auch so grau, ne Der Staub so Und Das sieht dann wirklich so aus Als ob da in der Ferne Spieler sind, ne Da ist aber jetzt wirklich einer Ja Das sieht echt so aus, ne Manchmal ja Wenn man kurz so guckt, weißt du Ja, zwei sogar Oh, den hab ich einen guten Angel-Hit gegeben Ah, aber ich fahr weg gleich I fell wreck Geh du auf den einen Ich geh auf den anderen Ich hab den einen gleich Ich hab den anderen gleich Ich hab den Ja, ich hab den anderen Oh, nice, Alter Wow Alter Schwede Das war ein bisschen knappo-bum-bapo Hier hast du Rüstung Danke So Sonst hab ich eigentlich auch nix für dich Ja, du bist ja schon voll ausgerüstet Nur mal Ey, nicht mit der Angel-Hitten Warum? Das fackt ab Nein Find ich nicht Spaß Ja, das war ja auch Spaß Oh, shit Guck mal, wie ich dich jedes Mal treffe, Alter Schau mal, Alter Oha Das hab ich dir aber auch gegeben Nein Und jetzt zack Und jetzt zack Und jetzt zack Ja, ein bisschen trainiert mit der Angel Okay, komm Ja, ist okay Ist okay Ach, in 15 Sekunden Aua Ich hab voll wenig Herzen Ja, ja, weil du von der Angel so viel verlierst, ne Hey Hey Alter Oha, ein Herz, Mann Was? Oha Alter, ein Herz, Digga Nee, ne Ernsthaft? Ich bin mit einem Hit down, Alter Du musst mir jetzt helfen, Mann Warte Oh Gott, oh Gott, oh Gott Bleib dein Geweckschild dahinter Oh, mit ein Wow, ein Herz, ein Herz, ein Herz Ja, ja, geh weg, geh weg Oh Gott Der schießt, der schießt Ja Oh, oh, Hilfe Du musst mich Ja, jetzt ist dein Käse, Alter Du hättest mich einfach so Vier, fünfmal Ich hab doch gesagt Ich bin fast down So, hab echt fünf Herzen Wegen dem anderen Typ noch Das war nicht von deiner Angel Okay Wir sind mittlerweile gereckt Nee Vier Herzen Alter, das wird ein Megakampf Oh, oh Geh, geh Nein Nein Ich, ja, ich verrecke jetzt eh gleich Wenn ich dich Lol, wenn ich dich noch schaff, Alter Alter Komm Ja Oh, mein Herz Du hast gewonnen Was war das für eine Runde Oha, Alter GG GG Dicker Mann Beats, Alter Wir hätten es noch gemeinsam machen können Ja, schade Aber war trotzdem eine megacoole Runde War auch mega spannend zu Ende Ähm, ja, wie gesagt Ich nehme das Ganze in der Freistunde auf Damit auch, äh, noch ein Video kommt Ähm Muss ich die jetzt nehmen Die war auch Nicht schlecht, muss man sagen Da waren spannende Kämpfe zwischenbei Dann als Phil fast tot war War auch lustig ab und zu Ähm, ja, trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich sehr freuen, falls ihr dieses Video Ähm, diesem Video einen Daumen nach oben gebt Falls es euch gefallen hat Und, äh, ja, ansonsten Danke Phil fürs dabei sein Schaut bei ihm vorbei Sein Kanal ist unten in der Beschreibung Äh, Beschreibung verlinkt Außerdem ist unten in der Beschreibung noch verlinkt Unser Community Team Speak CommunityPB.de Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen TS CommunityPB.de Genau Steht auf jeden Fall die IP-Nummer in der Beschreibung Und alles drum und dran Also haut rein Bis, äh, morgen zum nächsten Video Tschüss Tschö Kannst du bitte die, äh, ernsthaft mal verabschieden? Ähm, okay Ich würde sagen Tschüss meine Damen und Herren Es ist immer noch eine gute Unterhaltung Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss